So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO. Heute war der Raid Day mit Hisui, äh, Admurai, genau, mal kurz überlegen, wie das heißt. 14 bis 17 Uhr, dann wurde aber irgendwie angekündigt, habe ich gehört, dass der wohl bis 18 Uhr dann laufen wird direkt, weil es irgendwo einen Fehler gab in anderen Zeitzonen, so geht er auch sogar eine Stunde länger. Jetzt ist es 16.07 Uhr, während ich das aufnehme. Wenn ich hier reingehe, sehe ich im Heute-Tab, ja, Raid-Tag Hisui Admurai endet in einer Stunde und 52 Minuten, also eben bis 18 Uhr. Erhöhte Anzahl von Stufe 3 Raids, 5 kostenlose Raid-Pässe zusätzlich. Also man konnte insgesamt heute 6 Raids gratis machen, jeder, ohne auch nur einen Cent zu bezahlen. Dann gab es Mr. X, Mr. X hat mir das Raid Day-Ticket geschenkt. Ich weiß immer noch nicht, von wem das Raid Day-Ticket ist. Ich hoffe jetzt, unter diesem Video spätestens, wird sich Mr. X melden und sagen, dass das von ihm war, weil wenn er das für den Tag schenkt, würde er sicherlich auch gucken, wie die Ausbeute war. Dadurch habe ich 14 kostenlose Raid-Pässe erhalten, 50% mehr EP für gewonnene Raids, zweimal Staub und hatte eine erhöhte Chance auf Sonderbonbons XL. Ich habe alle 14 Raid-Pässe weggemacht. In diesen 14 Raids habe ich 15 Sonderbonbons XL bekommen. Glaube ich zumindest. Also beim letzten Mal habe ich alle Sonderbonbons XL vorher weggemacht, dass ich genau weiß, wie viele ich gekriegt habe. Jetzt habe ich plötzlich 15 Stück wieder da. Das ist cool. Ich habe aber absolut keine Ahnung, was ich damit machen soll. Ich möchte den Habanero-Account eigentlich ohne Legendäre großartig jetzt spielen und machen. Nur auf ein paar Pokémon setzen, die Pokémon-Box auch nicht groß erweitern, immer auf Items gehen, weil ich die halt brauche. Zum Beispiel Bären füttern für Platin-Medaillen, das ist ja alles wichtig. Brauchst du Item-Platz, sonst musst du dich immer alles schnell wegschmeißen. Wir haben es heute sowieso so gemacht, wieder, dass wir von 14 bis 15 Uhr eine Stunde gestreamt haben. Unterwegs, mobil, Spaziergang mit Marie, Pupsi, Jonas. Zusammen die Raids gemacht. Ein paar Leute haben da mitgemacht dann auch. Und dann habe ich ja gesagt, ab 15 Uhr wird der Stream beendet sein. Und die restlichen acht zusätzlichen Raid-Pässe werde ich in die Raid-Gruppe rein posten. Habe ich auch gemacht und so könnt ihr jetzt mal nachvollziehen, meine 14 Admo-Rei, die ich bekommen habe. Als allererstes sieht man, dass ich einfach keinen Shiny habe. Das ist brutal. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich hätte eigentlich sogar in den sechs kostenlosen Raids damit gerechnet, einen Shiny zu bekommen, aber ich habe keins. Auch in den nächsten acht Raids keinen Shiny. Pupsi hat innerhalb von fünf Raids zwei Shinies bekommen. Shinaya hat bei den Raids im Stream zwei Shinies bekommen innerhalb von fünf, sechs Raids. Also da haben viele gut abgesahen. Deswegen natürlich auch die Frage, habt ihr ein Shiny, Hisui, Admo-Rei bekommen? Ja oder nein? Schreibt es mal rein. Was ist euer Bestes? Das ist die Reihenfolge, wie ich die bekommen habe. Das ist das kleinste hier. Das kleinste und leichteste. Hat sogar drei Sterne. Die sind auch alle in Meiningen gefangen, in Meiningen geradet. Hier sieht man nochmal drei Sterne, zwei Sterne, drei Sterne, dann wieder zwei Sterne, drei Sterne, zwei Sterne, zwei Sterne, zwei Sterne, drei Sterne, nochmal drei. Das wird immer schlechter. Zwei, drei. Das dürfte auch, glaube ich, das Beste sein mit 1580, also 1580. Und, ja, zwei, zwei und das war's. Wenn wir das Ganze jetzt mal sortieren wollen, da war nichts mit Wetterboost dabei, die waren alle nur genau so, wie sie sind. Ist das also das Schlechteste mit 10, 11, 10 und das Beste eben hier oben mit 12, 15, 15. Was mache ich jetzt mit Admo-Rei an sich? Erstmal muss ich nochmal Danke sagen für das Ticket, denn dadurch konnte ich überhaupt 14 Raids machen. Ich bin jetzt auch nicht traurig, dass ich keinen Shiny bekommen habe, da ich auf dem Habanero-Account sowieso keinen Platz habe, um an sich Shinies zu sammeln oder Shiny-Familien. Werde auch so gut wie keine Shinies großartig aufheben, normale Pokémon oder hunderte auch kaum aufheben. Ich werde mich wirklich nur auf eine Handvoll Pokémon konzentrieren, die für mich extrem nützlich sind und die ich immer wieder brauche für diverse Raids und Zeug. Ansonsten spiele ich so einen Raid-Tag, aber es geht bei mir um nichts mehr bei einem Raid-Tag. Das heißt, ich kann jetzt auch alle Admo-Rei nehmen, alle 14 Stück und kann die verschicken. Jetzt haben wir nochmal 14 Bonbons bekommen und 2 XL oder so, weil das ist Typ Unlicht, aber da habe ich ja eigentlich meine Despoder-Armee, das ist für mich ein richtig cooles Pokémon. Trinke Falo als Unlicht, wäre auch cool, da fehlen mir aber ein paar. Vielleicht kann ich da mir nochmal welche zusammenbasteln. Das ist Typ Wasser, aber da habe ich ja eigentlich... Ich habe ein paar Garados, ich habe ein paar Sumpex, ich... Was kann man noch nehmen? Kingler, wenn wir keine Legendären nehmen können oder dürfen. Ich habe auch ein Team erstellt, extra mit 6 verschiedenen Pokémon. Ich habe Mega-Garde-War die ganze Zeit drin gehabt, das ging auch relativ einfach. Ich fand es auch schön, dass das nur ein 3er-Raid war, dass man ihn gemütlich so machen konnte. Der nächste Raid-Day ist ja auch schon angekündigt, am 23. Dezember ist das, glaube ich, mit Dummy-Tier. Da geht es für mich gefühlt auch wieder um nichts. Aber ich werde trotzdem 6 Raids machen im Stream und falls jemand ein Ticket giftet, werde ich dann die anderen 8 wieder über die Raid-Gruppe versuchen und ein Ausbeute-Video machen. Finde ich auf jeden Fall interessant, aber ja, ihr könnt mir jetzt sagen, ist das überhaupt ein gutes Pokémon oder ist das nichts? Schreibt mir jetzt nicht hin, das ist das Beste, das ist besser als alle anderen und in der GBL vor allem. Ich spiele ja sowieso kein GBL großartig, deswegen, ich konnte jetzt getrost einfach alle weghauen. Der Tag hat trotzdem Spaß gemacht. Ich fand es richtig schön, so einen Winterspaziergang zu machen draußen durch den Schnee mit dem Kinderwagen. Es hat gerade nicht geschneit, es war auch nicht zu kalt, es war angenehm, es war cool, eine Stunde spazieren zu gehen und dann den Rest mit euch in der Raid-Gruppe noch fertig zu machen. Also das gibt ein bisschen Raid-Feeling und Raid-Day-Feeling rüber, während ich sonst nur den Daily Pass habe, nur den mache, sonst nichts machen kann, weil ich keine Coins habe und nichts mehr kaufe und nichts mehr reinstecke. Hier 150 Münzen, ab morgen kann ich wieder einmal die Items erweitern, aber Raid-Pässe oder Fan-Raids, nichts. Ich werde zwar immerzu wieder eingeladen, ihr seht es ja auch wie hier, den ganzen Raid-Day über und auch sonst normal, immer wirst du eingeladen, Ramses, aber ich kann keine Fan-Raids machen und möchte ich auch nicht mehr. Seit der Main weg ist, gibt es für mich nur noch den täglichen Pass. Trotzdem macht es noch Spaß zu spielen, gerade wenn neue Forschungen da sind, um die zu lösen, zu zeigen und zu gucken, was es in nächster Zeit noch Neues gibt in dem Spiel. Ich freue mich auf den Dummy-Tier-Raid-Day. Okay, der mit Admurai war cool. Ich denke mal, dass die zwei anderen Starter-End-Entwicklungen in der Hisui-Form ja sicherlich auch dann mal noch kommen und einen Raid-Day kriegen. Nehme ich also gerne mit. Das ist was, was mir Bock macht. Immer noch. Vor allem völlig kostenlos, sozusagen. Auch mal hätte ich nur die sechs Raids gemacht, hätte es genauso viel Spaß gemacht und wäre genauso cool gewesen. Das war es jetzt aber von meiner Seite aus. Grüße an den Flammkuchen, der auch hier einlädt, nach Pavillon im Augustinum, Rot, Bayern, Deutschland und hier Wegweise Ordenheim, Ordenheim am Glan. So, der Flammkuchen, das ist nämlich unser Nico Dunkel, den wir am Montag auch immer öfters mal schauen. Also Grüße gehen raus und auch Grüße an den Noël. Das war es von meiner Seite aus. Schreibt rein, wie viele Raids habt ihr heute gemacht und hat es euch Spaß gemacht? Was ist euer Bestes? Habt ihr sogar einen Hunderter bekommen? Und habt ihr euch das Ticket gekauft oder habt ihr nur die sechs Pässe gemacht? Wie viele Shinies gab es aus wie vielen Raids? Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Peace out. Peace out.